Hallo zusammen und wie soll es auch anders sein? Es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Zufall habe ich heute ein neues, relativ junges Teammate kennengelernt und wir wollen jetzt in einer alten Besetzung mit diesem neuen Teammate mal eine Runde Teams spielen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und du weißt schon, dass Bum Bum so gut die Lost ist. Schlecht ist der nicht, aber... Ja, man muss halt damit gehen. Wenn ich einfach finde, spielst du mit Bum Bum Bum. Ja, man muss damit umgehen können. Naja, schlecht ist Bum Bum mal wieder auch nicht, aber... Das hat nicht so gut. Ja, ist nicht die beste Frage. Bum Bum finde ich ganz nützlich, wenn man High Ground hat. Richtig, High Ground und einem zum Beispiel die Pum Moon ausgeht oder sowas. Ja, guck, hier ist der Rohrmann, genau unter mir. Da musst du hin. Ich sehe den Schraubschluss, ich sehe den Schraubschluss wieder nicht mehr. Das ist Live Event, wie wenn es überhaupt bald liegt. Achso, gleich wieder losgehen. 17 Uhr oder so, oder? 17 Uhr wahrscheinlich. Nein, es... Ja, 17 Uhr geht's los. Und Bum! Ja, okay, mal los. Mach Bum, mach Bum, mach Bum! Gegner? Nein, ich war das... Ich hab so ein kleines Ding in den... Nee, das klick nach Gegner hier. Das klick nach Gegner. Das ist ein Gegner hier. Ach, du baust hier zu! Moskau und... Einer ist tot. Ja, der habe ich gerade platt gemacht. Und der andere? Kämpft, der andere ist da auch platt, der andere. Ja. Ich hab einen geholt. Ich auch einen. Zwei habe ich jetzt geholt. Insgesamt. Ja, ich hab auch einen. Ich guck mal hier ein bisschen vorbei. Ja, eine Heavy liegt hier, eine gönne ich mir. Mach das. Klacker Haus hier. Wo der... Wo der... Wir haben ja keine Playstation gehabt. Wir draußen gespielt haben. Und dann abends sind wir hinter die Scheune gegangen und haben Wodka getrunken. Seh den. So, so. Scheiße, ihr habt meinen Kegel gesehen. Ey, Jungs, jetzt mal ohne Scheiß. Ich flipp gleich aus. Mit Flip-Flops? So, sozusagen. Bei uns aber. Da! Ja, es kommt Ghost. Ich packe mal meine kleine Pumpgang aus. Ja, dann drauf. Das sind drei Jungs. Okay. Meine Pumpgang hat mir... Wie geht's haben? Na dann... Na dann nehme ich meine Maschinenpistole. Nämlich die Mini-Gang. Und dann vorhört ich diesen Kollegen mal. Das nicht, dass du ein Ninja. Nein. Das ist voll der Bock. Das schießt mich nicht, ja. So, das ist schon tot. So, das ist schon tot. Ich hab mich erledigt. Ja, ich hab die Heavy. Ja. Dann nehmt ihr noch mehr Money. Dann nehmt ihr die Heavy. Ach, scheiße, stimmt. Dann nehmt ihr die Heavy. Die Aria sollst du noch was trinken? Warte hier. Warte, soll ich was trinken? Ja, gut. Macht Sinn, Masch. Hier ist noch eine Tactical. Ich muss was saufen. Was? Ich muss was saufen. Ich muss was saufen. Noch zwei Gegner. Minis-Liege-Millionen-Koche. Ich hab schon meine Pumpkang. Ich hab schon meine Pumpkang. Ich brauch keine mehr. Ich halt meine Pumpkang gerade in der Hand. Schäden die da? Ich vermute. Bei mir, bei mir. 8 und 10, ja. Ich seh's. Alter, hab ich dich erschrocken. Ich hab irgendwas warm gehört. Einmal. Boom, chakalaka. Macht gut, chakalaka mit euch. In kleinen. Ich geh mit mir. Ich geh mit meiner Maschinenpistole rein. Nö, nimm noch Papier auf. So, das ist vollbracht. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ich volfe.